Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um Melted Heart. An Melted Heart und auch am Sternlosen Himmelring wurden ja zu dieser Season, zu Season 3 Änderungen vorgenommen. Harte Änderungen, unter anderem Afix Änderungen und auch der Aspekt wurde abgeändert. Beim Sternlosen Himmelring wissen wir ja, das war vorher, dass man sobald eine andere Kernfertigkeit eingesetzt wird, dass der Bonus verloren geht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, so jetzt kriegt man 40% mehr Schaden. Damage raus und beim Melted Heart wurde auch eine Reworked und zwar, klar wurde der Aspekt geändert, aber auch ein Afix wurde abgeändert. Ich habe hier noch das alte Melted Heart, das kennt ihr ja noch aus der letzten Season. Da hatten wir oben einmal alle Werte, dann Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern, Schaden im gesunden Zustand und Ressourcenerzeugung. Und vor allen Dingen bei allen Uber Unics, das wurde ja auch geändert in Season 2 mit den Duriel und Endboss Änderungen, die reingekommen sind, dass alle Uber Unics, die Fallen immer Max Roll sind. Deswegen seht ihr auch in den Klammern immer, also kein Bereich, worunter der fallen kann, sondern immer eine Zahl und die ist es dann auch. Ein Uber Unic kriegt immer die maximalen Werte und hat gar keine Range mehr. Das war zu Beginn von Season 2 und auch davor noch anders. Da konnte man auch Uber Unics mit relativ schlechten Rolls bekommen und das wurde dann geändert. Soviel zu dem Recap. Das neue Melted Heart hat ja einen anderen Aspekt, hat aber auch einen anderen Afix und zwar wurde der Afix Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern rausgenommen und dafür wurde Movement Speed, also Bewegungsgeschwindigkeit, reingenommen. Aber hier, wir wissen nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es so vom Blizzard gewollt ist, aber es gibt dieses Mal eine Spanne. Vielleicht kann ich euch gerade mal direkt daneben das neue Melted Heart einblenden. Vielen Dank an Brutal, der hat mir zwei Stück zugeschickt, zwei Bilder. Und da seht ihr, dass Melted Heart jetzt eine Spanne hat und auch auf Max Roll wird das so gezeigt. Da werde ich euch auch mal ein Bild zu einblenden. Movement Speed 10,5 bis 17,5 und ich bin alle Uber Unicen Items durchgegangen und es gibt kein anderes Item, was der Range hat. Also ist die Frage, ist das jetzt ein Fehler mit der Range und soll eigentlich immer 17,5 Max Roll da sein und Blizzard hat es nur wieder verkackt? Oder haben wir das erste Uber Unic, wo es jetzt einen einzigen Afix gibt, der eine Range bekommt? Und sollte das wirklich so intended sein, also so gewollt sein von Blizzard, dann hoffe ich nicht, dass in Zukunft neue Uber Unics reinkommen oder Uber Unics, die wir schon haben, geändert werden und wir dann auch wieder in diese Range kommen. Weil es war ja eigentlich eine super Änderung, dass wenn du mal einen Uber Unics bekommst, an die ganzen Casuals da draußen, die endlich mal einen Uber Unics bekommen und dann kann es sein, dass das Uber Unics nicht spielbar ist, weil die Rolls alle so schlecht sind. Das wäre schon ganz mies. Und ich habe mir wirklich alle Uber Unics nochmal angeguckt, sowohl Verhängnisbringer, Großvater Andariels und auch Harlekins Krone. Dort gibt es nirgendwo eine Range, es gibt nur diese Range hier bei Herz von Selig und auch im Eternal, wo ich ja jetzt gerade auch bin, wo ich ja die Melted Hearts habe, gibt es ja auch immer noch die Variante mit Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern ohne Spanne. Wenn ich mir also vorstelle, in drei Seasons oder so, habe ich auf dem Eternal mindestens mal zwei unterschiedliche geschmolzene Herzen von Selig. Einmal das Max-Herz mit Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern mit dem schon geänderten Aspekt und ein Melted Hearts mit Movement Speed anstatt des Typs Kerns, was aber diese Spanne hat. Also es ist auch eine komische Entscheidung von Blizzard. Es gab zum Beispiel, ich erinnere mich, beim Hellhammer, den habe ich ja auch gerade, drei Änderungen. Wir hatten den Standard-Hellhammer, der wurde dann geändert und hat Crit-Schaden mit dazu bekommen und wurde dann nochmal geändert, Crit-Schaden wieder raus und ich glaube es ist Schaden gegen Gegner mit Beeinträchtigung brennt oder weniger Schaden durch Gegner von einem Typ brennt. Einer von den beiden wurde wieder ausgetauscht mit dem Crit-Afix. Also da wird viel hin und her geswitcht und gerade mit den Uber-Unix ist es ja das Problem, dass sie so selten sind. Also wenn ihr dann endlich mal Herz von Selig bekommt nach tausenden Dural Runs, dann kann es immer noch sein, dass der Roll... Ich meine es ist nur Bewegungsgeschwindigkeit, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, aber spinnen wir das Ganze mal weiter. Wie gesagt, wenn in Zukunft weitere Änderungen kommen an den Uber-Unix, am Sternlosen Himmelring, am Verhängnisbringer oder stellt euch vor, der Großvater hätte auf einmal eine Spanne von 1000 bis 300 Max leben oder auch der Aspekt wäre nicht mehr standardmäßig 100% und auf einmal ist der Großvater gar nicht mehr so krass, wie wir ihn jetzt haben. Was ich eigentlich auch komisch finde, ist, dass der Aspekt geändert wurde von den Uniquen Items, aber der Afix nicht geändert wurde. Auch eine komische Entscheidung von Blizzard, dass man sagt, ey wir ändern den Aspekt auf jeden Fall ab, aber den Afix, da lassen wir einen alten noch drin, ist irgendwie eine komische Entscheidung, die aber auch damals auch schon war mit dem Hellhammer Beispiel. Da haben sie im Campfire gesagt, kann ich mich noch ganz genau erinnern, als sie die Änderung zum Hellhammer gesagt haben, gezeigt haben, haben sie explizit gesagt, ey ihr müsst aber erstmal einen neuen Hellhammer finden, um diesen neuen Afix zu bekommen mit Crit-Schaden. Also der ein oder andere von euch da draußen wird wahrscheinlich drei Hellhammer haben. Einmal den von Season 1 oder Anfang Season 1, dann die erste Änderung mit den Crit-Schaden und dann einen Hellhammer, der wieder so ist wie vorher. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr komische Entscheidung von Blizzard und vielleicht ist auch nur mal wieder ein Fehler, dass vergessen wurde, ey Melted Heart ist ja ein Uber-Unique und da sollte eigentlich gar keine Range drauf sein und deswegen sollten wir eigentlich immer den Max-Wert beim Movement-Speed haben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach nur wieder ein Fehlerchen ist, aber ich habe dazu noch gar nichts gehört, auf Maxroll ist es auch so eingezeichnet mit der Range, ja, lasst uns mal überraschen, ob da nochmal irgendwas kommt, es waren jetzt auch schon zwei Patches, es hätte eigentlich schon auffallen müssen, vielleicht haben noch nicht genug Leute Melted Heart bekommen, um das, dass das genug Aufsehen bekommt, ja, falls ein Blizzard-Mitarbeiter das Video sieht, Leute, ändert das mal oder klärt uns auf, ob das so sein soll, wenn ihr meldet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, glaubt ihr, das ist ein Fehler oder glaubt ihr, das soll so sein, dass wir auf dem Bewegungsgeschwindigkeits-Affix jetzt eine Range haben, würde mich sehr interessieren, was ihr da so meint. Vielleicht mache ich sogar zwei Kommentare, einmal ihr glaubt, dass es ein Fehler ist und einmal, dass das so gewollt ist und ihr liked das hoch oder so, mal gucken. Ja, ich bin hier gerade auf dem Magier, ich baue gerade den Meteor-Magier, der mich ein bisschen verblüfft, weil er unfassbar viel Schaden macht und ich habe noch nicht ein A-Fix drauf, auch noch nicht eine Glyphe drin, also Meteor-Magier, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Der Bild wird richtig, richtig krass, wer also jetzt schon anfangen will, sich Magier zu bauen, der Bild wird richtig reinzünden. Die Unix, die ihr braucht, sind relativ easy zu finden, eigentlich nur Ice-Beast und Varshan und Duriel, um genau zu sein, weil man ja hier den Ring auch braucht, aber relativ easy zu machen, der Bild. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Follower auf den Kanal lassen, würde mich sehr freuen, gerne ein Like auf dem Video lassen und bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein!